Servus liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welches Minoxidilprodukt soll ich mir denn kaufen und woher? Und gibt es illegale Minoxidilprodukte? Um diese Fragen geht es heute in diesem Video. In letzter Zeit bekomme ich viele Fragen zu diesem Thema und weil ich über die Jahre meiner Minoxidilkur oder meines Minoxidil-Experimentes schon sehr viel Erfahrung mit Minoxidilprodukten sammeln konnte und auch verschiedene Minoxidilprodukte verwendet habe, dachte ich mir, ich fasse das heute für euch zusammen. Bevor es aber heute mit dem Video losgeht, möchte ich mich bei meinen neuen Kaffeekassenspendern bedanken. Ihr sorgt dafür, dass mir die Motivation und Energie nicht ausgeht. Vielen Dank dafür. Also fangen wir ganz von vorne an. Minoxidilprodukte für die äußere Anwendung, gegen erblich bedingten Haarausfall und in unserem Fall verwenden wir das experimentell für unseren Bad. Ja, die sind nicht rezeptpflichtig, wohl aber apothekenpflichtig. Das bedeutet, diese Produkte darf nur eine Apotheke verkaufen. Aber ihr müsst nicht zum Arzt laufen und euch ein Rezept dafür holen, das ist nicht nötig. Das Mindestalter für die Anwendung ist in den meisten Produkten mit 18 Jahren angegeben. Ich persönlich empfehle aber jedem bis mindestens 25 zu warten, bevor man es für die Bartwuchsförderung verwendet. Zuerst sollte man einmal schauen, was natürlich so an Bartwuchs sich entwickelt, bevor man dann zu einem Medikament greift, das, wie ihr alle wisst, auch Nebenwirkungen haben kann. Inzwischen gibt es schon sehr viele Marken, die ein topisches Minoxidilprodukt anbieten. Meist wird es als flüssige Lösung oder als Schaum verkauft. Für Frauen gibt es Minoxidilprodukte mit einer Konzentration von 2% Minoxidil. Für Männer wird es mit einer Konzentration von 5% verkauft. Die enthaltene Konzentration von Minoxidil wird entweder in Prozent oder Milligramm pro Gramm angegeben. Also lasst euch nicht verwirren, wenn auf eurem Produkt 50 Milligramm pro Gramm steht. Das sind auch 5% bzw. das ist auch eine 5% Konzentration. Es gibt auch Produkte mit einer höheren Konzentration, also mit 10% oder sogar 12,5%. Jetzt aber aufgepasst, diese Produkte sind bei uns nicht zugelassen. Macht es denn eigentlich Sinn, ein höherprozentiges Produkt zu verwenden? So nach dem Motto, mehr bringt mehr. Nein. In den meisten Fällen bringt ein höherprozentiges Produkt keine Vorteile. Eine neue Studie hat sogar ergeben, dass ein 10% Produkt signifikant schlechter abschneidet als ein 5% Produkt. Den Link zu dieser Studie packe ich unten in die Videobeschreibung. Nur bei Leuten, die wirklich überhaupt nicht auf 5% reagieren, kann es sein, dass sie auf 10% reagieren. Bei allen anderen, bei denen 5% funktionieren, da steigert man mit einem 10% oder noch höherprozentigen Minoxidilprodukt allenfalls die Wahrscheinlichkeit auf unerwünschte Nebenwirkungen. So, das denn mal geklärt? Welche Marken gibt es denn und woher bekommt man die? Dabei möchte ich zwischen bei uns zugelassenen und ausländischen Marken unterscheiden. Bei uns zugelassene Marken wären zum Beispiel Biohartin, Alopexi oder Regain. Auch kann man sich direkt bei uns in der Apotheke eine Minoxidilösung mischen lassen. Auf meiner Webseite www.bartwuchs.info habe ich Affiliate-Links zu Produkten, die man bei uns bekommt. Mit einer kurzen Google-Suche findest du aber auch das aktuell günstigste Angebot in Online-Apotheken. Ausländische Marken wären zum Beispiel Kirkland, Fully Gain, Tugain, Cougain oder More und noch viele mehr. Produkte aus dem Ausland bekommt man oft bei Ebay, manchmal auch auf Amazon oder in internationalen Webshops, wie zum Beispiel BioWare, bei der ich selbst am Anfang bestellt habe. Diese Marken locken oft mit sehr günstigen Preisen. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass es bei uns illegal ist, Arzneien aus dem Ausland zu bestellen und im schlimmsten Fall bleibt diese Bestellung beim Zoll hängen und man bekommt eine Strafe. Und da diese Produkte meistens aus dem Ausland kommen, kann es auch sehr, sehr lange Lieferzeiten geben, manchmal über mehrere Monate. Ich persönlich würde nur Produkte kaufen, die auch bei uns zugelassen sind. Die paar Euro, die man sich da sparen kann, sind in meinen Augen den möglichen Ärger nicht wert. Unterscheiden sich denn diese Produkte in der Wirkung? Nein, alle verwenden im Grunde genau denselben Wirkstoff, und zwar Minoxidil. Allerdings gibt es häufig Unterschiede in der Verträglichkeit der Produkte. Die flüssigen Varianten trocknen bei vielen oft die Haut relativ stark aus und Leute bekommen Entzündungen und Probleme. Die Schaumvarianten sind meistens besser verträglich. Viele Produkte brauchen relativ lang, um einzuziehen und hinterlassen auch oft einen fühlbaren und manchmal sogar sichtbaren Rückstand. Das Produkt, das in meinen Augen die besten Eigenschaften hat, ist der Regain-Schaum. Also wer sich die Anwendung angenehm und unkompliziert gestalten möchte, der investiert die paar Euro mehr und da spart sich sehr viel Ärger. Das waren jetzt die wichtigsten Informationen zu den Produkten, ganz schnell zusammengefasst. Jetzt am Ende dieses Videos möchte ich euch noch über meine persönlichen Erfahrungen mit den Minoxidil-Produkten, die ich verwendet habe, erzählen. Ich persönlich habe mit einer 2% flüssigen Lösung von Regain begonnen. Zu der kann ich gar nicht so viel sagen, weil die habe ich auch nicht so lange verwendet. Aber dann, danach habe ich die 5% flüssige Lösung von Kirkland verwendet. Die habe ich damals bei Bio-Wea bestellt. Es hat relativ lange gedauert, bis die bei mir ankam, also so ungefähr 2 Wochen jetzt im Moment, bekomme ich von ganz vielen Leuten immer ein Feedback, dass bei Bio-Wea wirklich dann teilweise auch Probleme bekommt oder ein Produkt gar nicht ankommt. Und ja, das ist eben auch ein Produkt, das ich aus dem Ausland bestellt habe. Also da wäre immer das Risiko, wie ich es schon im Video erwähnt habe, dass das beim Zoll hängen bleibt, dass man vielleicht sogar eine Strafe zahlen muss. Also ich hatte da Glück, ich habe das bekommen. Ich habe die flüssige Lösung von Kirkland am Anfang ganz gut vertragen, aber nach ein paar Wochen habe ich schon gemerkt, dass meine Haut wirklich sehr trocken wird und schuppig wird. Ich habe dann versucht, gegen die trockene Haut mit Nivea Soft und Jojoba Öl vorzugehen. Ich habe auch Rizinusöl verwendet. Und das ging eine Zeit lang gut, aber in Woche 10 habe ich dann wirklich Entzündungen bekommen. Und die haben sich dann sogar in meinem ganzen Körper ausgebreitet. Also ich hatte so eine Art Neurodermitis-Schub, würde ich sagen. Dann musste ich mal eine Pause machen. Ich habe mich wirklich dann darum gekümmert, dass ich meine Haut nicht mehr austrockne. Ich habe mir den Kirkland-Schaum bestellt in der Zeit, weil eben der Schaum viel besser verträglich ist. Und habe dann den Schaum von Kirkland und die flüssige Lösung von Kirkland, die ich ja noch hatte, abwechselnd verwendet, damit ich beides verwende. Und der Schaum von Kirkland war auch viel besser. Der hat meine Haut nicht so stark ausgetrocknet. Und mit dem Abwechseln, ja, da konnte ich das Gleichgewicht meiner Haut irgendwie halten. Und ich habe dann eben beide Kirkland-Produkte aufgebraucht. Zum Schaum von Kirkland kann ich sagen, dass er so ein bisschen einen stumpfen Rückstand hinterlässt, dass er auf jeden Fall relativ lang zum Einziehen gebraucht hat. Also bis das Gesicht sich dann nicht mehr nass angefühlt hat, ist schon gut und gerne eine halbe Stunde bis eine Stunde vergangen. Als dann die Kirkland-Produkte aufgebraucht waren, habe ich Foligen verwendet. Da habe ich mir die alkoholarme Lösung von Foligen bestellt, weil ja der Alkohol in der Lösung meistens dafür verantwortlich ist, dass die Haut austrocknet. Der Alkoholarme, die alkoholarme Lösung von Foligen, die habe ich eben auch aus dem Ausland bestellt. Also Leute, das ist eben immer mit Vorsicht zu genießen, die Marke Foligen. Aber weil es halt für mich eben wichtig war, dass ich meine Haut nicht so stark ausdruckne und ich dieses Foligen, die alkoholarme Lösung ausprobieren wollte, habe ich mir das bestellt. Wahrscheinlich ja doch auch über Biovea. Und die hat schon geklappt, die Lösung. Die war gar nicht so schlecht allerdings und war besser verträglich auf jeden Fall für mich jetzt, für meine Haut. Wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich als die flüssige Lösung von Kirkland. Aber sie hat auch die Haut ausgetrocknet. Also mit der Zeit habe ich dann auch ein paar Entzündungen bekommen und so, aber ich habe das in den Griff bekommen. Denn da ist das nicht eskaliert, so wie bei der Lösung von Kirkland. Dann habe ich auch den Foligen-Schaum verwendet. Bei dem war der Rückstand dann wirklich sehr klebrig und im Grunde war das auch gar kein Schaum. Also du hast da keine Druckbehälter zum Beispiel, wie eben der Kirkland-Schaum oder der Regane-Schaum. Die sind ja in einem Druckbehälter. Beim Foligen-Schaum, das war eine große Dose, so drei Monatsvorrat ist da drin. Das ist eigentlich nur flüssig da drin. Und wenn man das rausdrückt mit so einem Hub, dann kommt das so ein bisschen aufgeschäumt raus. Aber es ist eigentlich nicht mit dem Schaum von Kirkland oder Regane zu vergleichen. Im Grunde wird das eben auch sofort wieder flüssig und man schmiert sich die Flüssigkeit dann halt mit dem Finger an die Stellen, wo man sich den Havus fördern möchte. Der Rückstand von dem Schaum war sehr klebrig im Vergleich zum eher stumpfen Gefühl beim Kirkland-Schaum. Ich mochte den Geruch nicht vom Foligen-Schaum. Danach habe ich dann eben hauptsächlich wirklich den Regane-Schaum verwendet und da muss ich sagen, dass sich die paar Euro mehr, die ich dafür gezahlt habe, wirklich ausgezahlt haben. Denn der ist innerhalb von fünf Minuten eingezogen. Er hinterlässt keine sichtbaren Rückstände und man fühlt auch wirklich kaum einen Rückstand. Also es stört überhaupt nicht im Alltag. Man kann den einfach immer verwenden. Meiner Meinung nach zahlt sich das wirklich aus, da ein paar Euro mehr zu investieren, weil es dann auch irgendwie garantiert, dass man das regelmäßig verwendet, weil es eben so einen geringen Aufwand macht. Ja, das waren meine persönlichen Erfahrungen mit den Produkten, die ich verwendet habe. Wie schon vorher im Video erwähnt, kauft am besten eben kein Produkt aus dem Ausland. Das ist nicht nötig. Wir haben sehr gute Marken und Produkte bei uns. Und wie auch schon vorher im Video erwähnt habe, die haben alle gleich viel Prozent Minoxidil enthalten. Also der Wirkstoff ist überall dasselbe. Also warum sollte man es sich nicht einfach machen und das Angebot wahrnehmen, das es bei uns gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und eure Abos. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Servus.